so meine freunde willkommen zurück zur rocket league mit dem chopper und mir im 2 gegen 2 ich habe ins mittelfeld mal gespielt der geht wieder ins mittelfeld ich komme ich komme scheiße schade dann habe ich nicht gut gespielt nee alter ich hab grad gas gegeben wollte den krater weghauen guck dir mal mein ist noch alles offen oder so ich bin in die mitte versuche ich alter typ der geht gut der geht nicht gut weil arschloch gleich da war und den geblockt hat noch kommen das ist doch nicht wahr oder schön und ich hab so kackt und nennt mich auch dann verkacka alter lol was mache ich denn keine ahnung aber es funktioniert ach komm hast du den über den drüber gespielt oder was der hat denn der hat sein eigenes teammate verarscht ja natürlich hat er den ey das ist ja übel älstabich oh alter waaw waa ich hab jetzt ganz leichte lachen na ha ha also kein problem war du hat er gesagt Für dich, no problem. Oh fuck, den habe ich zu weit gespielt, sorry. Ah, der kommt nochmal. Ja. Oh mein Gott. Der geht doch noch genau in die Ecke, na, ja die gehen immer zu zweit an den Ball, das ist gut. Nein, das ist scheiße. Alter nein. Wann die da? Ja gut, hat er, hat er nicht, alter und ich auch nicht. Ich habe auch nicht. Den haue ich jetzt weg, ich habe gerade eben gedacht, die versuchen jetzt ein Eigentor zu schießen, das sah total komisch aus. Oh mein Gott. Ja, zu weit, zu weit, zu weit. Ja, aber viel zu weit. Ja, pass auf, der hat ein Hunderter Boost sich genommen, ne? Ja. Fuck, 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 fuck. Ja, ich habe einen geblockt. Wie geil, ey. Bitch, Alter. Ich dachte mir so, zielen, zielen, guck mal, zielen, zielen, zielen. Oh Mann. In den Anus, Junge, in den Anus. In den Anus, Junge, in den Anus. Don't fly. Hä, wer ist geflyt? Keine Ahnung. Achso, wahrscheinlich jemand, der ist sein Teammate, oder? Oh. Nein, 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 nein. Ja, den habe ich abgewehrt, der kriegt da nicht rein. Fahr du ran. Oh, oh, oh. Nichts noch, Freundchen. Ich kann auch fliegen, Junge. Oh, fuck, man. Ich wollte jetzt den Ball treffen. Dann fährt er mir da rein, ey. Hey, listen. Nee. Ups. Das war no fucking way für mich. Also das war zu hart für mich. Ja. Vor allem kann sich der andere auch noch freuen, dass er ein Tor geschossen hat. Geht er nicht leer aus. Alter, der no escape. Ich nehme sein Bild, Alter. Braap. Alles? Gut? Ja. Jaja. Wir sind einfach zu gut. Ja. Wir waren doch nicht schlecht. Alter. Noch ein Win. Es hat nichts gebracht. Bei mir. Bei mir schon. Hä? Warum hat es bei mir nichts gebracht, ey? Genau. Die Ranks, Mann. Wtf? Ah. Geil. Dann noch WTs, ne? Mhm. Ja gut. Wir sind ja auch beide WT. Ich bin noch ein Level, dann bin ich Meister. Ja lol. Und schon wieder das Ding, ey. Oder bin ich Meister dann? Ich meine zumindest. Hänke Tank. 40 müsste Meister sein. Der Hänke Tank. Der Hänke Tank. Nix Freundchen. Der Hänke Tank. Der Hänke Tank. Ja, ich... Ey. Ich muss fliegen, Alter. Was... Vor zwei Wochen, oder wann war das... Ging's noch? Aber jetzt gerade, ey. Total kernbehindert was das angeht. Ich spring nach oben, geb den Boost und drück nach vorne, weil ich knall erst mal gegen den Boden, Alter. Boden. Warte, du. Uh. Schön getrickst. Ja. Da kommt auch das Arschloch, ne? Nein, Alter. Ich boxe dich einfach mal wieder zurück. Ja, passt. Das war gut so. Alter, was ist mit dem? Ist der schwul oder was? Mussten wir fahren. Jawohl, schön in deine Ecke gespielt. Und? Ne, zu hoch. Schade. Alter. Ich wollte mit auf dem Foto sein. Achso, okay. Foto-Finish. Hätte ich eine Seite nach vorne gemacht, hätte ich ihn gekriegt. Du bist. Du fährst. Ja. Du bist. Genau. Ich will mich jetzt fangen, oder was? Ne, ich hab zu viel Pokémon Go gespielt. Musst du da fangen. Andere Spiele fangen. Nein, 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 nein. Alter, Gott sei Dank ist das ein selten dämlicher Affe. Ich habe ihn nicht richtig erwischt Gott sei Dank bin ich auch ein selten dämlicher Affe Bin unten Ja ich bin ein bisschen scheiße gerade Wenn man noch nebenbei Pokémon GO spielt ist es ein bisschen schwierig Warum tust du das? Weil ich Multitasking bin Alter Doch das wäre gegangen Aber ich bin halt Ja guck mal bei mir Ich hätte auch fliegen können Weißt du das Ding so Mach ich Muss ich hochstehen Warte ich Warte Das ist scheiße Nein Oh ja Alter Alter als ob der Typ den hatte So der ist erstmal weg hier Oh der kommt in die Mitte Alter ich behindere das Stück Scheiße Oh Gott ich habe mich überschlagen Oh mein Gott Nein was tue ich denn Oh der kommt gut Ja 0 Uhr 45 Ich kann es nur oft genug sagen Wir nehmen mitten in der Nacht auf Nach einem Arbeitstag Okay das habe ich jetzt gerade glaube ich in der Aufnahmesession das erste Mal jetzt gesagt Weil die anderen drei vier konnten wir nicht nehmen Das ist Alter ich habe es gerade absolut nicht im Griff Absolut nicht im Griff Ja haben sie Alter als ob man Ey ich treff diesen Scheiß Drecksrotzball nicht richtig man Komm schon das gewinnen wir noch Äh das musst du machen ich komm nicht hin Ah jetzt habe ich die Scheiße gespielt Ja aber das Arschloch kommt an jeden Ball hin An jeden Hat er Ja war auch scheiße gespielt Wieso kriegen wir auch immer diese Kack Map Ne ich verstehe es auch nicht Das ist absolut Nein 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 Ja jetzt muss man uns rein hängen Jo Vielleicht kriege ich auch mal wieder einen Ball Oder kann den halten Oder spiele mal nach vorne Oder so eine Scheiße Du wichst Hurensohn Lacker Alter Du mit dreckigem Mistgeburt Jawohl Nein der war gut ey War du Mhm Boah Ein strammer Ball nach vorne Ja aber den Den hat er natürlich gleich wieder Alter Alter was ist das denn Nein 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 Oh Gott Fahr du Alter Warte Piss aus Alter Easy Bist du Gold Ja Alter GZ Gut Freunde wenn es euch gefallen hat dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen gerne auch einen Kommentar schreiben Und dann hoffe ich ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bis dahin macht's gut Tschüss Tschüss